Wir sind bestimmt bei der Orgelhändung. Was machst du jetzt? Links, Lazy liegt, Lazy liegt. Ah, hast du. Ficka. Nechste Moskette da oben. Kurzer Prozess, Minion. Wo ist denn der Pack? Ach, so ein Packwagen. Noll, was? Das war ein Todesurteil, das sich mit uns angelegt hat. Zwei Messerschnitzen, doch keine 2 zu pro. Die Richtung B. Zack für Zacke. Zack für Zacke. Der Panzer ist da noch. Was ist das für ein B****? Leider nicht. Auch wenn es nachmittags ist, ist doch egal. Ne, aber was ist denn das für ein B****? Boah! Da habe ich auch keine Zeit. Ja, mal gucken. Vielleicht so ein Duck. Sehr gut. Wo ist der Gegner? Ich habe keine Ahnung. Was war denn hier? Uh! Naja, alle 2 Tode und alle so gegen die Gegner und es ist so krass sodium. Ah, ist egal, nix. Oh, vollkommt ja alles, ist egal. Ah, ist viel los. Orgel nicht. Boah, hab ich ihn ausgenommen. Impfstrom. Nein, Schatten, ich hält ihn fast. Mann. Ich kann keiner mitkriegen. Und nie einer, nice. Warte. Die haben wir gefuscht. Die haben wir gefuscht. Das ist ein Fliegerinterview. Das ist ein Fliegerinterview. Das ist ein ... Beigen. Aha. Bega, komm! das war tom der sieht aber mies komisch aus was macht er denn da er rennt töte ihn von hinter uns hinter uns was macht er mit seinem morfett hier eine leiche an meiner leite ein bischeregal kommt er her ist hier gespawnt aber eigentlich sind hier keine beacons was macht das flugzeug da so entscheidet so entscheidet er bei frauen die haben größere tinten die nehme ich tut mir leid er hat leider keinen profi also noch nicht also noch nicht das ist crazy die aussage das ist wirklich crazy pass auf Theo das sind ein paar AP Min er läuft lange nicht aktivieren sie alle das war ganz gut geil weißt du was man hatte an Theo aufpassen da sind ein paar AP Min TING BUM TING der Ballert hier überhaupt nicht mit seinem die stellen mal so ein Medipack vor das Gesicht da freut er sich bestimmt auch Gegner jetzt pushen sie rein oh denn ich seh nichts davon die pushen grad tatsächlich rein den F*** die 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 C von rechts Digga nimm deine Generate wieder ey Digga was ist denn los für euch? Idioten Sehr schön Puls und Ticket Puls und Ticket Hau Sack Jürgens, sind wir im Haus über dir Tom? Ja Danke Flak 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 Geht zu hinter dir oder? Ne Flak Ach so er ist auch hinter mir ja Oh Scheiße Hinter mir kommt was Oh Mann, Digga Die Klapp ja Ok Und T-Jaw Der ist so gut wie tot oder schiebt die Flagge, glaube ich, ja. Das ist nicht sehr cool. Witzig. So steht das im Fahrzeug. Was ist das Auto? Laufen Sie, okay. Ich laufe den hinten rein. Ja, es ist doch dieser derselbe. Genau. Ich liege auf dem feindlichen Half-Track und kill die... Leute. Der ganze Team hat alles A verloren und Spawn war eh egal. Jetzt müssten wir eigentlich wieder beim Spawn spawnen einen A nehmen. Und die immer noch hin und herziehen. Das war bei ihm kaputt, der wird von hunderte. Guck mal, der liegt ja oben. Guck mal, der liegt ja oben. Nächste. Oh, Nate. Ja, aber... Auch noch einer. Ja, das war's. Wuhuuu! Ich kann halt den anderen direkt... Die zwei leben noch. Ja, die waren weg hier. Nice. Ja, ja, die waren weg. Ja, genau. Ja, genau. Fawn weg scheint immer noch da zu sein, oder? Ja. Ja. Diese Hetzelauer ist so schlecht, ey. Die sind... Ja, ey. Die ist tief passiv. Okay. Ja. Lass es auf E geben. Ich halte es auf D. Können wir das überleben? Geil, Alter. Ja, ha, ne. Boah. Richtig sein Geburt. Willst du den mal beschmücken? Ich hab extra beschmücken gesagt, nicht bestücken. Achso. Ja, gut gesteckt ist er ja schon. Ja. Ja. Ist das ein Apfel? Deiner? Oder? Jo. Ist ja riesig. Das war ein großer Arsch. Digga, was macht ihr hier? Oh, nein, nein, nein. Die dann runter. Ne K.E. 7. Digga, die feindlichen Flugzeuge sind wirklich so geil. Boah. Boah, 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 boah. Okay. Ja, genau. Gehen wir uns was durch. Ja, hättest du nicht geschafft. Na, ich schaff alles. Ab und zu. Oh mein Gott, Digga, was war das gerade? Ausstimmig? Nö. B verlieren wir halt wieder. Nein, ich hab ihn weggebombt, aber er ist nämlich reingeflogen. Och Mann. Was ist das Ganze, das F***? Das geht doch. Hey. Guck mal, ich mach hier sogar Metallarbeit. Mensch, ich hab's drauf. Das geht doch. Mach mal so. Ich hab's drauf. Dannest du nicht. Ich hab's drauf.